Also ich bin aufgeladen, wie ein brav erschüttert natürlich, und habe angefangen zum Frühstück. Da ist auf einmal der Kurz im Zimmer gestanden. Erst habe ich gesagt, was willst du da? Der Kurz hat mich narrisch angeschaut und hat gerufen, du, du kommst nach Amerika. Nein, Herr Bundeskanzler, habe ich gebetelt, ich bin nicht da, da kann ich mir meinen Lebtag nicht mehr haben. Aber der Kurz war entschlossen, du, hat er mit einer gebeterischen Stimme gesagt, du hast recht auf Anwesenheit, schau längst verwirkt. Als nächstes ist er auf einmal der Farnabelle nicht marschiert und fang zu reden an. Das lieber Bundeskanzler, das hat er gesagt, liegt nicht in ihrer Zuständigkeit. Aber da hat mich der Kurzschall längst nach Amerika verschleppt gehabt. Ein ganzes Stand habe ich gebraucht, dass ich zurückkomme. Über den ganzen Atlantik habe ich marschieren müssen. Und nur ein Stand habe ich gebraucht, dass ich durch den Zug komme. Deswegen Herr Professor, bin nicht spät.